Bitten, dass, bitten, dass sie morgen Abend mit mir ausgeht. In Venedig ist Maskenball. Komm, ich zeig dir den Karreval. Das geht immer, 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 immer wieder ganz tief ins Herz hinein. Die erfolgreichste Schlagerband Deutschlands möchte noch einmal Danke sagen. Die Flippers sagten nach über vier Jahrzehnten Ade und sie bescheren ihren Fans jetzt die umfangreichste Flippers-Kollektion aller Zeiten. Hallihallo und willkommen. Ich habe jetzt eine Riesenüberraschung für Sie. Denn was ich hier in meinen Händen halte, ist ein ganz besonderes Abschiedsgeschenk von Bernd, Manfred und Olaf von unseren Flippers. Oh ja, es tat weh. Nach vier Jahrzehnten hieß es Ade zu sagen. Nach einer letzten mega erfolgreichen Tour durch die größten Hallen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir durften sie noch mal erleben. Unsere Flippers. Dann weißt er wieder zu und lässt mir keine Ruh'n. Der kleine Floh in meinem Herzen. Mandolin in einer Sonnenacht. Hamburger Mio. Oh, Sole Mio. Schön wie die Sonne. Mädchen von Capri. Es gab unzählige Tränen auf dieser letzten Flippers-Tour. Tränen der Trauer wegen der Endgültigkeit des Abschieds. Aber auch Tränen der Freude über die klingende Lebensfreude, die Rührung und Dankbarkeit. Und zwar auf beiden Seiten. Eieiei, Herr Kapitän, so eine Seefahrt macht das Leben schön. Denn jetzt weiß ich endlich einmal, wie das ist, wenn bei 20 Knoten eine Frau dich küll. Sieben Tage lang der Sonnenschein. Sieben Tage nur mit dir allein. Sieben Nächte werde ich bei dir sein. Sieben Nächte bist du nicht allein. Sichern Sie sich jetzt das umfangreiche und erstmals wirklich vollständige Lebenswerk der erfolgreichsten Schlagerband Europas, der Flippers. Alle Hits auf fünf CDs, das ist der Wahnsinn. Die rote Sonne von Maradons, für dich und mich scheint sie immer noch. Mit den Wolken nach Süden ziehen und die Sterne sehen. Bist du in Afrika oder in Kanada? Für mich ist kein Weg zu weit. Ich würd durchs Feuer gehen, Gefahren überstehen. Für mich ist kein Weg zu weit. Tausend rote Rosen für deine Liebe. Tausend rote Rosen für unser Glück. Ebenfalls brandneu und jetzt auch bei uns erhältlich. Olaf und sein erstes Solo-Album. Noch nie war es so schön, Abschied zu feiern. Eine Ära ging zu Ende. Und wir haben für Sie dieses beispiellose Hitfeuerwerk festgehalten. Unglaubliche 100 Hits. Begleitend dazu möchten wir Ihnen nun auch diese DVD mit Ihren schönsten TV-Auftritten empfehlen. Schlagermusik vom Allerfeinsten. Das waren und sind unsere Flippers. Sichern Sie sich jetzt die große Abschiedskollektion der erfolgreichsten Schlagerband Deutschlands. Rufen Sie uns jetzt an. 080 3 mal die 5 0 3 für Deutschland. 0820 20 30 87 für Österreich. Und 0848 266 788 aus der Schweiz. Aus allen anderen Ländern wählen Sie 0049 3871 450 450. Auch im Internet sind wir für Sie da. www.shop24direkt.de Die Flippers. Unvergängliche Hits. Unvergessene Momente. Jede Menge Lebensfreude. Endlich gibt es Ihre größten Erfolge auf einer umfassenden Abschiedsedition. Sichern Sie sich jetzt 5 CDs mit 100 Flippers-Hits für nur 49,99 plus Versand. Dieses Angebot gibt es nur hier bei Shop24 direkt und nicht im Handel. Eine Frau, ich küsse das Ganze. Rufen Sie uns an. 080 3 mal die 5 0 3. Flippers, die große Abschiedsedition. 080 3 mal die 5 0 3. Über 40 Jahre Hit auf Hit. Unzählige unbeschwerte Stunden. Verträumte Balladen voller Sehnsucht. Zauberhafte deutsche Schlagertitel mit Tanz- und Gute-Laune-Garantie. Das waren die Flippers und das bleiben die Flippers. Dank dieser Kollektion. Ebenfalls brandneu und jetzt auch bei uns erhältlich. Olaf und sein erstes Solo-Album, Tausend Rote Rosen. Unvergängliche Hits, unvergessene Momente, jede Menge Lebensfreude. Das sind unsere Flippers. Sichern Sie sich jetzt die umfangreichste Danke-Kollektion aller Zeiten. Die Flippers mit 100 Hits auf 5 CDs. Das sind so. All deine Wünsche gehen mit dir an Bord. Reisen wir gemeinsam mit unseren Flippers noch einmal an die schönsten Strände der Welt. Er sagte weit, weit von Hong-Kong. Geht mein Zuhause. Wann werde ich dich wiedersehen? Du hast die schönsten Augen, mein Schatz. Sie laden ein zum Träumen. Ich bin verliebt bis über beide Ohren. In deinen Armen bin ich verloren. Mandolin in einer Sonne nach Hamburger Mio. Unsere Flippers, unsere Freunde beim Feiern, unsere Tröster beim Liebeskummer, unsere Reiseleiter, unsere Farbpalette in einer oft so grauen Welt. Dafür sagen wir gerne Danke. Hundertmal, hundertmal hast du schon zu mir gesagt, du kannst nicht treu sein, du kannst nicht treu sein. Hundertmal, hundertmal hat dich die Eifersucht geplagt, dabei bist du die schönste Frau der Welt. Wetten, dass, wetten, dass sie morgen Abend mit mir ausgeht. Die Flippers, unvergängliche Hits, unvergessene Momente, jede Menge Lebensfreude. Endlich gibt es ihre größten Erfolge auf einer umfassenden Abschiedsedition. Sichern Sie sich jetzt 5 CDs mit 100 Flippers-Hits für nur 49,99 plus Versand. Dieses Angebot gibt es nur hier, bei Shop24 direkt und nicht im Handel. Rufen Sie uns an, 080 3x5 03. Flippers, die große Abschiedsedition. 080 3x5 03. Bestellen Sie sich am besten jetzt dieses besondere Dankeschön. Denn die Flippers wissen genau, ohne sie, die Fans, ohne ihre Treue zum Schlager, hätten es die drei nicht so weit ganz nach oben geschafft. Ich hab heute Nacht einen Engel gesehen, Mona Lisa, Mona Lisa. In Venedig ist Maskenwald, komm ich zeig dir den Karneval, Amore mio. Diese Abschiedsedition war den drei noch eine wirkliche Herzensangelegenheit. Sichern Sie sich diese umfangreiche musikalische Zusammenstellung der unvergleichlichen Flippers-Karriere. Bist du in Afrika oder in Kanada, für mich ist kein Weg zu weit. Ich würd durchs Feuer den Gefahren überstehen, für mich ist kein Weg zu weit. Tausend rote Rosen für deine Liebe, tausend rote Rosen für unser Glück. Ebenfalls brandneu und jetzt auch bei uns erhältlich. Olaf und sein erstes Solo-Album, Tausend rote Rosen. An die 250.000 Fans haben die Flippers während ihrer Abschiedstour bejubelt und beklatscht. Haben mit ihm geschunkelt, gesungen und geträumt. Da kann man da nicht sang- und klanglos gehen. Und darum gibt es diese Fünfer-CD-Kollektion mit den 100 erfolgreichsten Hits. Gern möchten wir Ihnen auch diese DVD ans Herz legen. Ein besonderer Schatz ihrer schönsten TV-Auftritte. Dann weißt er wieder zu und lässt mir keine Ruh' Der kleine Flo in meinem Herzen Er ist ein kleiner Wicht, der immer wieder sticht Der kleine Flo in meinem Herzen Wir waren dem Himmel nah Ein Märchen wurde wahr In Saint-Opé Dort wo die Liebe wohnt Wo sich das Leben lohnt In ihrer Heimatstadt Knittlingen sind sie Ehrenbürger Die 13 ist ihre Glückszahl Denn 13 goldene Stimmgabeln zieren ihren Trophäenschrank Aber die Treue der Fans ist den Flippers das größte Dankeschön Das sie nun mit dieser Riesenkollektion erwidern Die Flippers, das ist unsere gemeinsame Erinnerung Fünf CDs, so umfangreich gab es den Bernd, den Manfred und den Olaf noch nie Ich bin Astrid Freck und sage Ihnen Danke für die Aufmerksamkeit Und den dreien Danke für so viele Hits Tschüss alle zusammen Schlagermusik vom Allerfeinsten Unsere Flippers Sichern Sie sich jetzt die große Abschiedskollektion der erfolgreichsten Schlager-Band Deutschlands Rufen Sie uns jetzt an 080 3 mal die 5 03 für Deutschland 0820 20 30 87 für Österreich Und 0848 266 788 aus der Schweiz Aus allen anderen Ländern wählen Sie 0049 3871 450 450 Auch im Internet sind wir für Sie da www.shop24direkt.de Die Flippers Unvergängliche Hits Unvergessene Momente Jede Menge Lebensfreude Endlich gibt es Ihre größten Erfolge auf einer umfassenden Abschiedsedition Sichern Sie sich jetzt fünf CDs mit 100 Flippers-Hits für nur 49,99 plus Versand Dieses Angebot gibt es nur hier bei Shop24 direkt und nicht im Handel Rufen Sie uns an 080 3 mal die 5 03 Flippers, die große Abschiedsedition 080 3 mal die 5 03 080 3-0 08 Moment 5inc